Ganz gut, weil heute am Montag habe ich noch keine Videos gemacht. Heute, meine Freunde, die Pfingst-Bankdrück-Olympiade mit dem todesemutlichen Kandidaten. Wie heißt du denn mal bisher? Linus. Linus, grüß mal besser. Du bist auch ein langer Fan schon von TV Plauze, ne? Ich bin schon seit 10. Abonnett, weil ich glaube. Wunderbar, geil. Und jetzt ist der Linus hier im Durchgang, 60 Kilo. Schauen wir mal, was geht hier, ne? Auf, mein Freund, feuern wir den Linus an hier. Linus, Linus. Wie viel muss er machen, Meister? Jetzt hat er den zweiten, zwei. Wie viel Applaus hat er gemacht? 20, ne? 20 ohne Probleme. Drei. Auf, mein Freund, noch was. Vier. Ja, der Linus ist ein starker Typ, ne? Ja, spannend, ey. Das hat den Vorteil, dass man in der Fülle-Studie die ganzen Frauen abchecken kann, ne? Richtig? Wie viele sind wir? Fünfte, das ist der Fünfte. Komm, zehn macht er. Komm, helf dir mal ein bisschen. Komm, Unterstützung. Linus, komm, gib Feuer, alles. Gib alles für die Fans jetzt hier. Für die Fans, Linus. Da zittert schon die, da zittert schon der Bizeps. Aber er hat, waren sieben, so ungefähr sieben, ne? Ich steifler Füße. Ist okay, ja, ne. Ich sag immer so, peu a peu, langsam das Gewicht hochsteigern. Das war gut. Aber es geht noch besser, und zwar dieser Herausforderer wird jetzt... Was machst du da? Ich muss ein bisschen mehr. Genau, mach ein bisschen mehr Gewicht. Aber dann drückst du mal eine Runde mit, ne? Weißt du? Ich mach siebzig. Siebzig Kilo. Was ist denn so das Maximum, was ihr drückt? 80, ne? 80 Kilo. Äh, easy. Das seid ihr ja genau richtig mit Plauzi. Plauzi drückt auch so 80, 90 Kilo. Easy. So, jetzt ist der nächste. Todesmutige Herausforderer. Wie heißt du mal besser? Chang. Chang drückt jetzt die 80 Kilo. 70. 70 Kilo. Zweimal 15. Zehner und die Stange sind so 20 Kilo, ne? Dann würde ich mal sagen, ready, steady, go, Chang. Auf, komm. 20 Stinger. Eins. Und Lidus, was meinst du? Schlägt das nicht gut an dein Mann hier? Das ist der absolute Profi. Der absolute Profi. Jens, wo soll man kommen? Gangster Jens, Alter. Enjoy the music. Auf, komm, Chang, alle. Komm, Chang. Komm, komm, wie der Bizeps da wackelt. Das ist pure Kraft. Pure Manneskraft. Auf, komm, hilf, ging. Nimm, nimm. Jetzt musst du aber helfen, ey. Das waren ungefähr, das waren so 10, ne? So, und jetzt kommt Plautzalder. Digi, halt mal, Liris, mach mal Kameramann. Ready, steady, go. Okay, auf geht's, Kaufer. Komm, meine Freunde, lautet der Tiger. Der weiße Tiger. Auf geht's. Ganz easy, meine Freunde. So, jetzt ist der Linus dran. Komm, Alter. So, mit dem dicken... Der Linus mit dem... Moment. Moment. Wir waren schon... Moment. Jetzt sind wir ja mit den 80 Kilo hier. Äh, mit den 70. Allgude, Applaus von Teva, Applaus. Gennst du meinen YouTube-Kanal schon? Willst du mal eine Runde Bankdrück mitmachen? Wir machen die Bankdrück-Olympiade gerade. Ich hab schon die Leg Days heute. Scheiß drauf, Alter. Komm, Leg Days machen nur Frauen, Alter. So, Linus, komm, drück mal die 70er. Was ist los? Das ist ja alles abgeschlossen. Wir erkennen unsere Niederlage an, aber es ist ein Fetch heute. Applaus ist der Sieger. Geil. Bis dahin, meine Freunde. Vielen Dank. Alles Gute. Bis zum nächsten Pfingstmuntag. Bis bald auf TV. Lautze, mein Freund. Genau. Easy.